hallo und herzlich willkommen hier wieder bei moment controller kabel hier kingdoms of amalur reckoning ist jetzt einfach mal fort das spiel ist ein buntes rollenspiel mit einer sehr großen welt die bunte welt erinnert mich ein wenig an ww wenn ich diesen vergleich mal benutzen darf ohne zerrissen zu werden es ist einfach bunt allein die tatsache dass es bunt ist hält mich schon daran und mehr dann auch nicht sonst hat das nicht allzu viel gemeint sonst sonst finde ich ich glaube ich kämpfe damit weiter was wollte ich noch mal sagen das kampfsystem ist halt so ein heck ins leading kann man mit god of war vergleichen jetzt hier mit diesen klingen sieht das auch schon so aus nur halt ohne die ketten aber klingen an sich sehen ja schon so aus oder darksiders oder sonst was keine ahnung das ist aber eher ein guter selder kronen wenn ich den vergleich mal machen darf und sonst ich weiß nicht ich mache glaube ich einfach mal mit der haupt fest weiter denn ja diese kleinen quest die mache ich erstmal nicht hier wenn ich in level bedrängnis komme dann mache ich ein paar nebenquests bis jetzt sind die quest auch nicht so geil eskortieren töten sammeln sowas halt die roten punkte die die ziehen mich magisch an also kann ich wenn jetzt mal eine neue waffe jetzt probieren geil wie das explodiert das ist allein allein das ist schon ein grund das spiel zu spielen kann könnt ihr mir könnt ihr mir sagen was ihr wollt hä ach so ok ist außerhalb der map dann gehen wir hier mal weiter auch darum dass er 85 . 80 80 Maja 20 Okey es ich weiß jetzt nicht was das jetzt für einen tieferen sinn hat den quasi die seele zu rauben außer dass man jetzt mehr erfahrung bekommt sonst weiß ich nicht kommt man diese seelen scherben oder was das war oder naja irgendwas wird man schon bekommen so wird das auch erledigt und da ist auch schon ein rufzeichen eine kleine quest dann kann ich die beiden quests hier abbrechen na ja da 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 der humpelt jemand den müssen wir eskortieren was sonst Zweibeiner, bitte, helft mir. Die anderen Zweibeiner sind grausam. Sie wollen nicht helfen, obwohl ich verflucht bin. Ihr glaubt mir. Viele glauben ich sei einfach nur ein Zweibeiner, aber sie irren sich. Ich bin ein Räuf von bösen Elfen bei einem grausamen Spiel dazu verflucht, in diesem Körper zu leben. In meinem Kopf sind immer noch Wolfsgedanken, aber die Körper der Zweibeiner sind so ungeschickt, dass man damit nicht einmal Fleischvögel fangen kann. Ich muss zurückverwandelt werden. Die Elfen sind in der Nähe. Sogar jetzt kann ich sie riechen. Aber mit diesem Körper kann ich nicht kämpfen. Helft ihr mir, Zweibeiner? Äh, ja, tun wir das einfach mal. Seid bedankt, Zweibeiner. Aber die Aufgabe ist nicht einfach. Ich brauche was aus einem magischen Brunnen. Er wird von den Elfen bewacht, die mich verflucht haben. Gruseliger Blick, ey. Ist ja okay. 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 Dann gehen wir mal zu denen hin. Einen kleinen Pott einschmeißen. Pott einschmeißen kann man ja auch falsch verstehen. Aber naja. Das ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte. Oh yeah, ich bin der Boss. Jetzt hab ich mal was abbekommen, aber... Whatever. So. So, was? Wie? Naja, okay, dann ist die Quest halt vorbei. Ich dachte, ich sollte Wasser besorgen und keine Elfen töten. Das hat man mir nicht gesagt. Man hat mir was anderes erzählt. Redet mit mir, Zweibeiner. Ihr kommt mit leeren Händen zu mir. Was soll das bedeuten? Der Brunnen enthält mächtige Magie und ist so alt wie diese Bäume. Unsere Ältesten haben uns seinen wahren Namen verraten. Ihr Zweibeiner würdet ihn Wanderbrunnen nennen. Er verschwindet und erscheint wieder über allem Wall wie ein Wolf auf Jagd. Aber welche Beute verfolgt er? Bevor ich verflucht war, lag ein starker Geruch auf dem Wasser. Ich erinnere mich noch gut daran. Es war Egelholz. Vielleicht sucht der Brunnen danach. Aha. Okay, dann müssen wir halt da lang. Okay. Moment. Ich weiß nicht, soll ich die alten Quests noch machen, ey? Wenn das zu zeitintensiv wird, hab ich auch nicht so Lust dran. Und die alten Quests kann man anscheinend nicht abbrechen. Oh, hi. Mit was? Ruinen. Ja. Mal schauen. Hi. Hi. Ein Rufzeug, noch eine Quest. Hm. Hä, wieso bewegt sich das Ding? Da-dum, da-dum. Oha, was ist mir alles auf den Fersen jetzt? Mittlerweile. Ne, gar nichts mehr. Ich hab sie abgeschüttelt. Ungewollt. Ich hab sie abgeschüttelt. What up. Äh, ja. Äh, der Brunnen hat sich aufgelöst. Beziehungsweise teleportiert. Muss ich an den Grizzlies vorbei. Zu diesem fucking Brunnen. Oha. Das erfleicht mich ja fast ganz. Krass. Krass. Aber wenigstens geben die ordentlich XP. Das heißt hier ordentlich, aber die geben gut, ungut XP. Und Zeugs. Und sie haben mich zu einer Truhe gebracht. Äh, das Ding. Das. Das ist ein langes Schwert. Hä? Ja, Mann. Ja, Mann. Oh, ja. Okay, optisch sieht es genauso aus. Scheiße. Rüstungen. Sieht genauso aus. Aber es ist stark, das Teil. Ach, die haben alle noch Beschränkungen, sehe ich gerade. Oh. Naja. Okay. Dann lassen wir es. Hätten wir das erstmal erledigt. Wahrscheinlich muss ich dem Brunnen ein paar Mal folgen. Und irgendwann löst er sich halt nicht mehr auf. Ne, hä? Dann muss ich noch irgendwas machen. Dann ließe ich mir eben gleich die Quest durch, nachdem ich... ...diesen Bären hier erledigt habe. Wow. Wow. What the f... ...nein. ...nein. Laber nicht. Ach, hier wurde das letzte Mal gespeichert. Okay, das ist gut. Dann muss ich da hinten nur noch zwei Bären erledigen und dann zurück nochmal einen Bären erledigen, sterben und nochmal wieder... Was ist das? Was ist das? Militarus-Schutz. Okay. Wo ist der jetzt? Ganz da oben. ...lässe ich mir die Quest durch? Äh... Egelholz... Ich habe hier bla 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 bla... Okay. Ich muss ganz schnell dahin. Einzelne Wölfe erstmal erledigen hier. Hier... Da. Ich frage mich, ob ich Techniken habe mit dem Dolch. Phantomklingel. Blocken und dann schlagen. Ist einfach ein Konterangriff. Okay. Weithand. Oha. Ich will auch ein Großschwert. Ui. Oh, Dolche. Scheiße. Oh, hier. Ach so, ja, okay. Super. Feiern klingen. Ja, man, solche Top... Oh, mein... Oh, mein Gott.